Hab keine Angst, kleine Spinne. Mache leichte Würste aus Modelliermasse. Flechte die Haare. Dieses Baby hat ein paar Zöpfe, die herausragen. Zeichne braune Augen. Verwandle dieses Mädchen in eine Brünette. Zeichne Tupfen. Lass uns einen Heißklebestift anspitzen. Schneide die Spitze ab. Tauche sie in die grüne Glasmalerei. Eine Flasche mit einem Totenkopf. Perfekt für unser Baby. Treffen am Mittwoch. Gomes hat ein Date für Mutisha arrangiert. Was könnte romantischer sein als ein Friedhof? Herr Amir, du bist herrlich traurig, wie immer. Oh Gomes, dank dir flammt mein Herz auf. Diese dünnen Finger spielen auf den Seiten meiner Seele. Schatz, warte doch mal. Diese Rose ist wunderschön, genau wie dein Aussehen. Gomes, was ist das? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Mutter werde. Lass es uns gemeinsam aufziehen. Baby, es ist Zeit zu essen. Nein, 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 nein. Willst du nicht? Seltsam. Das, das. Das ist definitiv unser Mädchen. Nennen wir sie Wednesday nach diesem Tag. Wähle eine der kaputten Puppen. Sie sieht überhaupt nicht wie Wednesday aus. Ändere ihre Haare. Tschüss, tschüss, Locken. Wische das alte Make-up ab. Male ihre Haut in einem weißen Farbton an. Zeichne braune Augen. Mache lange Haare aus Modelliermasse. Teile es in Strähnen. Flechte sie ein wenig. Bedecke unsere Frisur mit schwarzer Acrylfarbe. Das Baby ist in Stoff eingewickelt. Jetzt ist sie im Kleid. Füge Topfen hinzu. Ihr Hals ist mit einem hübschen Halsband verziert. Wednesday ist noch klein, aber sie hat schon eine dunkle Ausstrahlung. Wednesday geht lieber auf den Friedhof als auf den Spielplatz. Wen soll ich heute erschrecken? Hier bist du, meine liebe Schwester. Gib mir diesen Ball. Das wirst du noch bereuen. Ha, jetzt bist du in meiner Falle. Oh, diese Kinder. Wenn ich groß bin, will ich wie Wednesday sein. Das lässt sich arrangieren. Wische das alte Make-up ab. Male ihre Haut in einem blassen Farbton an. Wow, wie ungewöhnlich. Zeichne Augenbrauen. Zeichne neue Augen. Füge Tiefe mit Farbe. Und Highlights hinzu. Nicht genug Lippenstift. Ganz genau. So ist es besser. Trage transparenten Nagellack auf die Augen auf. Backe sie in der LED-Lampe. Mache einen Hut aus einer Serviette und Kleber. Male ihn schwarz an. Mache Haare aus Karnikalon. Hey, wie wäre es mit einer Frisur? Zeit zum Haareschneiden. Mache Zöpfe. Die übliche Wednesday-Frisur. Verwandle die hellen Dinge in totales Schwarz. Nähe die Muster zu einem strengen Kleid zusammen. Der gepunktete Tüll ergänzt den Schnitt. Füge einen Kragen hinzu. Und gepunktete Strümpfe. Ziehe ihr massive Stiefel an. Wednesday ist jetzt ein düsterer Teenager. Ruiniere allen den Tag, Schatz. Ja, Papa. Hallo, ich bin Wednesday. Bist du aus einem Horrorfilm? Lass uns abhauen. Seltsam. Mir gefällt es hier nicht. Papa, lass uns gehen. Dann gehen wir eben in die neue Schule. Bitte, wie wäre es, wenn du dich allen vorstellst? Mein Name ist Wednesday. Ich erschrecke gerne Leute. Mir auch. Setz dich zu uns. Lass uns nach der Schule Horrorgeschichten erzählen. Wow, diese Schule ist einfach perfekt für mich. Bereite Holzperlen vor. Stelle einen Körper aus Fimo her. Ich kümmere mich um den Ofen. Was brauche ich zum Backen? Hier ist es. Erledigt. Danke, meine Liebe. Zieh der Puppe ein schwarzes Kleid an. Mache Knöpfe dran. Es ist Zeit, die Schuhe anzuziehen. Vervollständige unseren Look mit einem Spitzenkragen. Ihr Kopf ist schon aufgesetzt. Wer wird diese gruselige alte Puppe leben? Also, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, es ist langweilig. Vielleicht können wir malen. Einen Regenbogen? Ich habe keine Inspiration. Wir können ein Selfie in einer Fotokabine machen. Ich mag keine Kameras. Wir können ein neues Spielzeug kaufen. Oh ja, das ist sie. Na, magst du endlich was? Nur ein Detail. Das ist besser. Sie haben nicht bezahlt, Miss. Kein Problem, nimm das. Einen schönen Tag noch. Diese Mädchen sind seltsam. Dolores erschien in der Dunkelheit der Werkstatt. Wow. Verwandeln wir uns in eine Erwachsene, Wednesday. Das werden wir nicht brauchen. Denke an die Sicherheitsregeln. Zieh Handschuhe an und entledige dich deines alten Gesichts. Tauche ihr Gesicht in Farbe. Die schneeweiße Haut ist typisch für Wednesday. Poliere alles. Skizziere ein neues Gesicht. Große Augen und Augenbrauen. Unterstreiche das Make-up mit Farben. Wie rührend. Schnapp dir eine Serviette, Kumpel. Ein paar Tropfen und rein in die Lampe. Die Augen funkeln. Die Stylisten haben an der Frisur gearbeitet. Wir müssen uns nur noch um die Kleidung kümmern. Skizziere Muster. Schneide alles aus. Probiere es aus. Der schwarze Overall mit Kragen und weißen Manschetten passt wie angegossen. Es ist cool, erwachsen zu sein. Das Erwachsensein ist voller Verantwortung. Wednesday ist auf Jobsuche. Es ist Zeit, alles auszuprobieren. Wünscht mir Glück. Ihr erster Job ist als Animateurin in einem Kinderkomplex. Und wo sind meine Opfer? Ähm, Kunden? Hallo, bist du unsere neue Animateurin? Schön, dich kennenzulernen. Deine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass den Kindern nicht langweilig wird. Oh nein. Okay, lass uns mit Spielzeug spielen. Alle leben Magie. Die böse Zauberin wird ihnen einen Trick zeigen. Wow. Abracadabra. Ah, das ist gruselig. Tut mir leid. Ich glaube, dieser Job ist nichts für dich. Nun, okay. Es gibt eine zweite Freistelle für eine Floristin. So viele Pflanzen im Blumenladen. Alles braucht Pflege. Sie brauchen eine Floristin, richtig? Okay, schneide zuerst den Überschuss ab. Das schaffe ich schon. Fertig. Schon fertig? Oh, meine Hosen. Ich meine, trockene Zweige. Mein Strauß ist ohne Klospen. Du hast keinen Geschmack. Lasst uns ein Terrarium bauen. Schneide ein Loch in den Deckel. Trage ein Teil auf der Zeichnung auf. Kreise das Buntglas ein. Oh, diese Färbung ist magisch. Stelle eine Box aus durchsichtigem Plastik her. Lass das Glas altern. Wie alt ist es? Lege das Moos hinein. Und füge die Rinde hinzu. Oh, hier leben Spinnen. Decke sie mit einem Deckel ab, damit sie nicht entkommen können. Der Spinnenladen ist voll von ungewöhnlichen Exemplaren. Wow, ich liebe es hier. Brauchen Sie einen Assistenten? Zusätzliche Hände können nicht schaden. Kass bitte auf diese Babys auf. Oh, er ist so süß. Oh, du bist so süß. Ich glaube, er mag dich. Ich liebe Spinnen. Ich habe Glück, dass ich so eine Mitarbeiterin einstellen kann. Juhu. Wednesday hat endlich einen Job gefunden, der ihr gefällt. Oh, diese kaputte Puppe hat nicht so viel Glück. Schneide einen Teil des Kopfes ab. Male alles weiß an. Ihr Gesicht verwandelt sich in einen Turkenkopf. Mach ein zierliches Bein. Fülle die Vase mit Erde. Was kann in so einem ungewöhnlichen Gefäß wachsen? Ich habe einen Rosenstrauß mitgebracht. Das ist unerwartet. Warte, ich stelle sie in eine Vase, damit sie nicht verwecken. Nur noch ein paar Feinheiten. Eine perfekte Komposition. Oh, du bist ein sehr unkonventionelles Mädchen. Klar, ich schätze nur ewige Schönheit. Lasst uns eine Tasche basteln. Bereite die Schablonen vor. Der schwarze Satin ist eine gute Wahl. Schneide die Details aus. Beklebe sie mit Rohrlingen. Mache einen Sack-Sack. Hänge diesen Beutel an die Kette. Das ist ein ungewöhnliches Accessoire für Fans von dunkler Mode. Wednesday beschloss, einen Spaziergang im Café zu machen. Guter Ort. Hm, das Telefon klingelt. Ich muss den Hörer abnehmen. Oh, ich bin's. Stimmt ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich ein neues Date habe. Ma'am, Ihre Tasche. Ich weiß, wem ich sie geben kann. Lassen Sie mich helfen. Ah, Spinnen. Wer hat Spinnen? Ich habe dir doch gesagt, dass ich auch eine Arachnophobie habe. Ein vertrautes Rascheln. Oh, danke, Freunde. Ihr helft mir immer aus. Lieferung. Neue Materialien für dich. Oh, Holzspäne. Roll sie aus. Gib die Farbe weiter. Los geht's. Ein perfektes Schwarz. Das ist für dich. Teile den Stock. Befestige die Beine. Mach sie ein bisschen alt. Schneide die Heißklebepatrone aus. Verwandeln wir sie in Kerzen. Mache Kerzenständer. Oh, die haben eine schöne Ausstrahlung. Diese Hellseherin channellt eindeutig magische Kräfte. Habe ich Besuch? Hallo, ich habe eine Frage. Was willst du wissen? Zeig mir meine Zukunft. Please. Okay. Ich sehe. Eine große Hochzeit. Ich? Als Braut? Kannst du dir das vorstellen? Danke. Aber das wird nicht passieren. Goodbye. Bye. Jahre später. Wednesday ist erwachsen geworden. Mein Fehler. I'm sorry. Warte. Ich erinnere mich an dich. Komm her. Ich werde mein Schicksal nicht loslassen. Hey. Lasst uns ihr düsteres Outfit ändern. Wir brauchen neue Kleidung. Schneide den Rockkreis aus. Es ist ein wunderschönes weißes Kleid. Niedlich. Lasst uns Strümpfe hinzufügen. Sieht elegant aus. Mache ein Korsett aus Heißkleber. Rippen. Schwarz ist besser. Lass uns das Kleid dekorieren. Die Spinnen haben einen Schleier gemacht. Füge Manschetten hinzu. Etwas Silber. Ein Strauß mit Spinnen wie romantisch. Dieser Look wird alle Blicke auf sich ziehen. Ihre Hochzeit ist hier. Es ist eine seltsame Stimmung. Hier sind wir. Hilfe. Schatz, sie sehen so aus wie wir, als wir jung waren. Was für ein ungewöhnliches Paar. Nikolas, willst du mich zu deiner Frau nehmen? Hm. Ups. Ach ja, ein Pflaster. Nun, wie lautet deine Antwort? Ich habe keine andere Wahl. Wow. Unsere Liebe ist ewig. Mädels, fang meinen Strauß. Ich hab ihn. Ah, eine Spinne. Ist das für mich? Zeig mal her. Auf dem alten Fernseher sind eine Menge Klamotten. Lasst sie uns für unser neues Handwerk verwenden. Schneide alles aus. Klebe es zusammen. Poliere die Kanten. Male die Innenseite schwarz an. Draußen macht es mehr Spaß. Ein kleines bisschen Orange. Füge Lautsprecherplatten und Netze hinzu. Und Knöpfe. Nimm das Holz auseinander. Lasst uns unseren Fernseher auf die Beine stellen. Eines der ersten Nalilu Fernsehmodelle. Du kannst ihn dir jetzt anschauen. Das heißt, wenn er noch funktioniert. Das ist eine gespenstische Flitterwochenwohnung. Komm schon, es ist perfekt. Yay. Hier ist unser glückliches Paar. Bitte nehmt dieses Hochzeitsgeschenk von der Familie Adams entgegen. Oh, wollt ihr mich verarschen? Das ist Schrott. Du hast keine Ahnung von Antiquitäten. Viel Spaß. Drück einfach auf diesen Knopf. Und es geht los. Oh, wen haben wir denn da? Versteh das Gesicht ab. Male die Haut an. Das ist eine porzellanfarbene Farbe. Hier sind die Bleistifte. Schatz. Zeichne Augen. Füge Volumen und Nagellacke hinzu. Genau wie seine Mama. Baby, jetzt bist du dran. Nähe Decken. Rosa und blau. Diese Kinder sind ganz anders. Was können wir von einer Familie wie dieser erwarten? Oh, dieser Fernseher ist... Was? Hier sind Kinder. Mama. Sind wir jetzt Eltern? Mama. Oh mein Gott. Also, teilen wir uns auf, um sie besser kennenzulernen. Ich dachte nicht, dass es dir hier gefällt. Willst du Verstecken spielen? Wow, Didi, Didi. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fertig. Oder nicht? Hier komme ich. Wo ist denn mein Sohn? Wo bist du hin? Ah. Er ist nicht. Ah, hab ich dich. Lass uns den Drachen reiten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß machen würde, mit Kindern zu spielen. Wow, alles ist zu hell. Das ist gruselig. Aber ich würde alles für meine Kinder tun. Vielleicht eine Rutsche? Los geht's. Das ist schön. Ich will etwas Leckeres. Okay. Alle lieben Eiscreme. Hier sind wir. Danke für den tollen Flug. Habt ihr Spaß? Klar. Die Zeit verging. Die Kinder wurden erwachsen. Wow, das ist eine gefährliche Flasche. Wow. Wisch dir das alte Gesicht ab. Oh, nein. Es ist Zeit für ein kleines Update. Zeichne Augen. Verteile die Strähnchen. Bedecke sie mit einem transparenten Nagellack. Ich kann nichts sehen. Es riecht lecker. Jetzt ist es ganz schmutzig. Zeichne Augen. So ist es besser. Füge Glanz hinzu. Lasst uns an den Haaren des Babys arbeiten. Es ist ein Regenbogen. Wow. Der Bruder hat schwarze Locken. Es ist Zeit, die Kleidung zu wechseln. So viele Stoffe. Lasst uns den süßesten Look nähen. Oh, ein geblümtes Kleid. Dekoriere es mit Sternen. Jetzt ist der Junge dran. Weg mit den Klamotten. Töne die Haut. Schneide das Westenstück aus. Hol dir bald eine Probe. Lasst uns den Boden sehen. Aus den Mustern werden Shorts. Füge einen Knopf und eine Brosche hinzu. Der dunkle Look gegen den Regenbogen Look. Unterschiedliche Stile, aber du kannst die Kinder definitiv nicht verwechseln. Nur dieser Kindergarten ist bereit, uns aufzunehmen. Ich hoffe, dass es unseren Kindern gefallen wird. Willkommen. Bye, bye. Ah, Hilfe. Es ist inakzeptabel. Was ist los, Mrs. Frankie? Ist es wegen der Fledermäuse? Wir entschuldigen uns aufrichtig. Vielleicht klärt das dieses Missverständnis auch. Es tut uns leid. Das wird nicht wieder vorkommen. Ihr müsst euch an die Launen der Kinder gewöhnen. Mach besondere Betten. Schneide Särge aus. Jetzt die Wände aus Pappe. Falte die Linien. Füge Schaumpapier hinzu. Unser Rahmen ist fertig. Lasst uns das Futter vorbereiten. Das rosa ist perfekt. Süße Träume. Nähe Kopfkissen. Wir haben eine Matratze. Mache den Sockel. Lass den Grabstein altern. Bringe einen Ring oben an. Rosane Farbe und eine Regenbogenblume. Typisch Mandy. Füge Farben hinzu. Hänge unser Bett auf. Befestige ein Vordach. Wow. Ein paar Details. Dieser Junge hat ein anderes Bett. Es ist dunkel genau wie er. Wir wollen auch hier sein. So kann ich nicht leben. Aber du hast ein weiches Bett. Gut, es wird Zeit, sich getrennte Betten zu kaufen. Hier gibt es eine riesige Auswahl. Das hoffe ich. Woran bist du interessiert? An zwei Babybetten. Du hast Glück. Wir haben gerade ein paar einzigartige Möglichkeiten bekommen. Wow. Nikolas, schau mal. Das ist der perfekte Sarg für Mandy. Ich liebe ihn. Warte, Schatz. Wir sind auf der Suche nach einem anderen Bett für unseren Sohn. Wisst ihr, wie ich schon sagte, das sind Einzelbetten. Was hältst du von diesem, mein Sohn? Ich mag ihn. Meinen eigenen Sarg. Jetzt schlafen die Kinder getrennt und die Eltern haben ihren persönlichen Freiraum. Mach ein Puttentheater. Lasst uns das Bühnenfenster öffnen. Geschafft. Lasst uns die Materialien vorbereiten. Diese Stöcke werden funktionieren. Dekoriere die Szene mit einem Holzrahmen. Male alles schwarz an. Totenköpfe und Blumen. Das ist typisch Adams. Wow, ein Zaubertuch. Ziehe die Vorhänge zu. Dekoriere das Dach mit einem Totenkopf. Das Adams Theater ist bereit für eine Aufführung. Heute ist ein großer Tag für unsere Familie. Ich schenke meinen Enkelkindern ein echtes Puttentheater. Lasst sie uns mit Applaus unterstützen. Wow, meine erste Aufführung. Bravo Kinder. Was soll ich tun? Ihnen die Köpfe abreißen? Du bist genau wie deine Oma. Sam, fass die Puppen nicht an. Lasst uns auftreten. Dunkel steh auf. Lasst uns die Matte vorbereiten. Mach eine Schnecke. Mach einen leichten Körper aus Modelliermasse. Verwende ein Modellierwerkzeug. Das Schneckenhaus ist fertig. Male es weiß an. Male es dann schwarz an. Das ist ein gruseliges Haustier. Wow, Tiere. Sie brauchen Pflege. Finde ich auch. Wow, ein cooler Beber. Ich bin nicht wirklich. Dieses kleine Schwein ist süß. Hey, das ist mein Schwein. Mein Bruch. So, was war's. Wir gehen. Wow, ein antikes Denkmal. Wow. Ich habe es nicht gesehen. Wer bist du? Niedlich und gruselig. Jetzt haben wir unser eigenes Haustier. Diese Puppe hat einen LOL-OMG-Kopf. Ihre Verwandlung in Gomez hat begonnen. Etwas lila Lidschatten. Damit die Augen müde aussehen. Und natürlich ein ordentlicher kleiner Schnurrbart. Schnapp. Einfach so ein Band in Fäden. Gomez hat eine umwerfende Frisur. Er trägt ein weißes Hemd mit einem knackigen Wagen. Eine schwarze Weste wird zur Jacke. Sie passt perfekt. Füge etwas Weiß hinzu. Seine Stiefel sind aus Modelliermasse gemacht. Schatz, ich habe uns eine Tour durch Europa gebucht. Oh, wie aufregend. Ein Abenteuer. Bitte setzt euch doch. Und hier sind die Lali Alps. Gomez wollte etwas Romantisches tun, aber... Boom. Huxley hätte mit der Pyrotechnik vorsichtiger sein sollen. Das Feuerwerk war wunderschön, aber es hätte fast eine Lawine ausgelöst. Diese Puppe wird zur Morticia. Nimm das Make-up und die Perücke ab, damit du die Haut weiß anmalen kannst. Sie ist super blass. Schwarzes Katzenaugen-Make-up betont ihre braunen Augen. Die schwarzen Haare sind die perfekte Ergänzung zu ihrer blassen Haut. Ziehe etwas Stoff auseinander. Wow, er hat sich in Stücke geteilt. Einfach so ist das Kleid fertig. Die Ärmel wehen im Wind. Und am Rücken ist ein Korsett, das mit Spitze gebunden wird. Lange Wimpern, funkelnde Augen und eine knallrote Maniküre. Morticia sieht umwerfend aus. Morticia Adams ist eine Femme fatal. Morticia und Gommes sind gerade im Hotel angekommen. Wer bringt unsere Sachen aufs Zimmer? Nur einen Moment, wir warten auf den Pagen. Nun, wer braucht Hilfe? Ich bin vor ihnen angekommen, bringt mein Gepäck auf mein Zimmer. Morticia und Gommes waren überrascht, aber sie gingen leise auf ihr Zimmer. Oh, mein Schatz. Karomia, erinnerst du dich an unseren ersten Tanz? Er war schaurig schön. Genau wie diese Schwäne. Oh, wie geschmacklos. Ein Herz aus Rosen. Euer Gepäck ist da. Oh nein. Sie haben die Falschen mitgebracht. Der Koffer ist voller rosa Kleidung. Morticia wurde ohnmächtig. Ist schon gut, Liebes. Alles wird gut. Dieser Check-in war, gelinde gesagt, unvergesslich. Reinige eine alte Puppe, um sie in Paxli zu verwandeln. Benutze etwas Schatten, um die Augen zu betonen. Setz dich hin, die Stylisten arbeiten an den Haaren. Ein Gummi-Ei verwandelt sich in einen Bauch. Ein paar Finger in kurzen Hosen wollte sich aus dem Staub machen, aber wir konnten sie aufhalten. Paxli, nimm sie. Und vergiss die Schuhe nicht. Hey, seid ihr bereit für ein paar Streiche? Wednesday ist stolze Besitzerin einer Voodoo-Puppe, die ihrem Bruder nachempfunden ist. Wann immer ihr langweilig ist, kann sie ihn einfach aus der Ferne quälen. Aber der Junge versucht immer, die Puppe zu bekommen. Und endlich hat er es geschafft. Ha, komm und hol sie dir. Doch während der Verfolgungsjagd passiert etwas Unerwartetes. Ein Vogelstahl, die Puppe. Gib sie zurück. Was ist denn los? Ich kann sie nicht holen. Ups, die Puppe fiel ins Meer. Direkt ins Maul eines Fisches. Es gab nicht einmal ein Klatschen. Diese Puppe wird sich gleich in eine kleine Gothic-Schönheit verwandeln. Wednesday Addams natürlich. Wow, die Addams-Tochter hat wunderschönes Haar. Flechte ist zu zwei Zöpfen, die auf beiden Seiten mit Schleifen festgehalten werden. Große Pupillen, blauer Lidschatten und dünner Augenbrauen. Sie trägt ein grünes Kleid mit weißen Manschetten und einem weißen Kragen. Dieses Outfit steht ihr wirklich gut, nicht wahr? Wednesday entspannt sich am Strand. Ganz allein. So wie sie es mag. Aber es wird langweilig. Hey, lass uns spielen. Okay, mir ist sowieso langweilig. Komm schon, lass uns fahren. Langsam. Ah. Das ist Wednesday. Hey, die Mädchen gaben ihr süße rosa Schleifen. Das steht hier. Danke. Sie hatten viel Spaß. Mama, schau dir meinen neuen Look an. Oh, wie schrecklich. Sie hat sich wirklich mit den falschen Leuten eingelassen. Wie konnte das nur passieren? Dekoriere eine durchsichtige Maske mit etwas schwarzem Schaumpapier. Befestige sie mit einem Netz und füge einen Schnorchel hinzu. Paxli probierte die Maske an und jetzt träumte davon, unter Wasser zu gehen. Er ist auf der Suche nach einer verlorenen Woodo-Puppe. Er kann unter Wasser nicht atmen, also musste er eine Maske aufsetzen. Ja, ich habe die Puppe. Endlich hat sich mein Glück gewendet. Oh nein. Der Vogel saß oben auf seinem Schnorchel. Jetzt muss Paxli die Luft anhalten. Schneide etwas Schaumpapier in Streifen und bastle einen Rahmen. Gommes, zeigst du uns einen Trick? Voila. Wo kommt der Ball her? Knete und forme eine Flosse. Befestige sie auf Gommes Rücken. Ein Gentleman-Hai ist cool an Land und auf See. Am Strand von Lalilu ist heute viel los. Gommes und Morticia wollten ein Sonnenbad nehmen, aber alle Plätze waren schon besetzt. Hm, ich habe eine interessante Idee. Morticia halte ihrem Mann, sich eine Flosse anzuschnallen. Ah, rette sich, wer kann. Ein Hai. Danach leerte sich der Strand ziemlich schnell. Jetzt kann das Paar eine Pause von all den Leuten und ihren Kindern machen. Mit ein bisschen Knete und der Kraft von Lalilu lassen sich schöne Dinge herstellen. Zeit, einen Pudel zu formen. Achte darauf, dass das Haar schön flauschig ist. Diese Hundeohren wurden vom besten Hundefriseur geformt. Was für ein süßer Hund. Würste das Fell. Ein glamouröser Pudel, der mit Liebe überschüttet wird. Hi. Paxli mag ein Mädchen. Oh nein, das ist diese Familie. Diese Familie macht mir immer die Stimmung kaputt. Aber Paxli ist das egal. Er beobachtet sie aus dem Gebüsch. Seine Augen sehen fast aus wie Herzen. Aber er hat Angst, näher zu kommen. Hey, wer ist da? Nachdem er den Mund aufgebracht hat, schleicht er sich aus dem Gebüsch, um sich vorzustellen. Oh nein, sie hat ihn gesehen. Ähm, also ich... Alles ist in Ordnung. Er lernt noch. Danke für deine Hilfe. Guter Pudel. Der Oktopus bewegt seine Tentakeln. Das Baby schaut uns mit leuchtenden Augen an. Wenn es so heiß ist, braucht man wirklich einen Schutz. Dieser süße Hund steht dem kleinen Kerl wirklich gut. Die Dame in Pink erforschte die Tiefen des Meeres. Plötzlich entdeckte sie einen süßen Oktopus. Ah, nimm den weg. Nimm den weg von mir. Beruhige dich. Ist ja gut. Ich ziehe ja schon ab. Ich hab's. Baby, hast du Angst? Ich verstehe schon. Sie hat schreckliche Haare. Setz die Mütze auf. Wir dürfen nicht in die Sonne. Willst du mein Haustier sein? Bastel eine Kokosnuss aus Modelliermasse. Ein Strohhalm und ein kleiner Regenschirm. Ein schönes, kühles Kokosnusswasser. Genau das Richtige für heißes Wetter. Liebling, ich bin so durstig. Ich bin gleich wieder da. Gommis beschloss, seine Frau zu retten, indem er eine Kokosnuss direkt vom Baum nahm. Papa! Sei still, ich mache es später wieder gut. Und schließlich machte Gommis vom Ortische einen Kokosnusscocktail. Der ist göttlich. Für dich tue ich alles, meine Liebe. Schneide einen Spieß zurecht. Wie geht den Draht so, dass er wie eine Mistgörbel aussieht? Mit dieser Ausrüstung ist es leicht, Heu zu bewegen. Morticia und Wednesday beschlossen, ein Fotoshooting zu machen. Wo sind sie? Mädels, ich habe ein paar wunderschöne Hüte für euch. Aber ein normales Fotoshooting ist nichts für diese schrullige Familie. Ich weiß. Das wird viel mehr Spaß machen. Oh, sieh dich an. Tolle Idee, finde ich auch. Eine Dame mit einem Pudel kam vorbei, aber als sie diese Szene sah, rief sie schreiend davon. Sie versteht unsere Stimmung nicht.